Aber hier... Äh, ne, da lang. Ich will mal gucken, ob ich jetzt hier irgendwie, äh, hier oben durchkomme. Kann der da nicht irgendwie reingehen oder sowas? Nur ein Hulab, aber ich höre, der Wind fehlt durch den Hut. Das klingt, das... Hm, bin ich etwa abdicht? Ne, aber ich hab vielleicht eine andere Idee. Vielleicht können wir uns ja hier runter... Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Nein, können wir nicht. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Okay, schade. Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung, was das ist. Unfürmiger Stein mit Muster. Mist, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, von wegen, wir können uns einfach runterseilen oder so. Das bringt nichts. Aber es klappt leider nicht. Und vielleicht können wir hier einfach das Seil runterlaufen lassen. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Nee, hatte ich auch gar nicht schon mal ausprobiert, glaube ich. Hm. Also, hier ist sonst nichts Interessantes, oder? Pilze? Das sieht aus wie eine kleine Treppe. Aber die Pilze müssten noch ein ganzes Stück wachsen, damit ich am Baumstamm hochlaufen kann. Hm. Dann könnte ich auch nachschauen, warum es dort oben schneit. Okay, wie bekommen wir denn Pilze zum Wachsen? Mit Kaffee? Kaffee hilft da nicht. Nein? Das wird höchstwahrscheinlich mal einer unserer ersten Zauber sein, vermute ich. Dass wir Pflanzen wachsen lassen können. Aber dazu müssen wir erstmal das Fest veranstalten. Und dazu müssen wir das Fahrrad erstmal frei bekommen. Hm. Kann man den schon mal weiterreichen? Könnte ja sein. Kannst du das für mich ausliefern? Gerne. Aber ohne versiegelten Umschlag und Briefmarke darf ich das leider nicht annehmen. Mein Chef, der Postbiber, achtet da ganz, ganz genau drauf. Und seit unser Postamt am Fluss unter Wasser steht, wird er noch schneller sauer als sonst. Okay. Ja. Das heißt, ich brauche da noch ein bisschen Zeugs. Hm. Das war unglaublich. Hm. Hm. Es war eine große Antenne mit einem Angelhaken dran. Jetzt ist es ein Krähenabwehrdingster ohne Angelhaken dran. Ja. Ja. Keine Krähe in Sicht. Scheint, dass meine Antennenflitsch-Kampftechnik sich da schon rumgesprochen hat. Also ich hätte ja einfach die Idee, dass man den heißen Kaffee darüber schüttet. Also über das Rad. Aber das kühlt leider immer aus. Das Zeugs. Vielleicht gehen wir einfach mal andersrum, dass wir nicht im Schneegebiet sind. Ich probiere es einfach mal. Ich meine, was habe ich zu verlieren? Ich kann meinen Mechern später noch... Äh, Mist. Oh, da habe ich auch noch eine Idee mit der Blume. Jetzt ist mein... So, Moment. Wir füllen mal eben den ganzen Spass... Uh. Nochmal auf. Und jetzt habe ich noch eine Idee... Einmal heißer Kaffee. ...wie wir vielleicht die Maus da aber halten können. So, okay. Moment. Wenn wir hier mal die Blume reinstellen... Wie behalte ich besser? Nein, okay. Hätte ja sein können, dass wir das quasi als Zeichen deuten können oder so. Mein Zettel bringt mich hier nicht weiter. Okay, auch nicht. Äh... Haben wir sonst noch irgendwas Tolles? Hagebutten, haben wir das schon ausprobiert? Hagebutten sind... Nee. Geht auch nicht. Okay, hätte ja sein können, dass wir sozusagen ein Zeichen mit Pflanzen setzen können. Ähm, Moment. Wir gehen jetzt mal den warmen Weg quasi. Der Kaffee ist noch warm. Der Kaffee... Mein Kaffee ist abgekühlt. Ist abgekühlt. Ach, scheiße. Äh... Vielleicht bin ich auch zu sehr darauf fixiert. Das könnte auch durchaus sein. Hm. Schnell dahin fließender Bach. Okay, also bringt das hier alles nichts so richtig. Lalalalalala... Lala... Da haben wir schon... Das haben wir auch schon. Was ist das da oben? Da komme ich nicht dran. Wir können ja mal den alten Stocktrick ausprobieren. Ein Stock bringt hier nix. Nein. Okay. Äh... Überfluteter Weg. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht durch. Da ist eine ganz tiefe Pfütze auf dem Weg. Immer noch ein schnell dahin glucksender, kaltkieseliger Feldwald und Wiesenbach. Hm, hm, hm. Wohin geht's denn da eigentlich? Das wäre auch mal interessant. Auf dem Schild steht... Fahrt in den Sumpf. Vorsicht, Mücken! Okay. Und geht er jetzt vielleicht hier durch? Ach, ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. In den Bildern würde ich mich hoffnungslos verlaufen. Die Sonne hat die Felder ganz schön ausgetrocknet. Ein kurzer Schauer würde denen sicher gut tun. Ne, hier gibt's auch nix. Ein schnell dahin glucks... Also das ist der Bach. Okay. So, dann einmal wieder da durch. Hm, gibt's das dann... Gibt das dann eigentlich irgendjemanden, der hier Musikunterricht machen möchte? Oder irgendwie sowas? Vielleicht will er ja Kaffee. Nein. Okay, wir probieren einfach mal ein bisschen Quatsch. Nein, den behalte ich. Hm. Ne, aber jetzt... Mir fällt irgendwie gerade nix mehr ein. Vielleicht mag er noch einen Becher mit kaltem Kaffee. Das habe ich schon gemacht. Hoffnungslos. Okay, also wir müssen irgendwie gucken... Äh, dass wir... Also wir können den Kaffee Baldri antropfen packen. Das ist ja schon mal klar. Aber wer mag denn Kaffee noch haben? Also da weiß ich gerade nix. Aber vielleicht kann man, äh, fällt mir gerade ein, hier draus einen Anker bauen. Das bringt nichts. Nein, kann man nicht. Das ist ja ein idealer Anker. Jetzt fehlt nur noch ein Paddel. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist ein Ablegen gar nicht zu denken. Aber wenn ich das erledigt habe, geht's los, ja? Ja. Dann beginnt unsere große Reise. Hm. Hoffentlich. Okay, vielleicht können wir ja den, äh... Löffel nehmen als Paddel. Das ist genau das, was wir brauchen. Ein ausgezeichnetes Paddel. Ach so? Ach ja, genau. Gut. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist ein Ablegen gar nicht zu denken. Aber wenn ich das erledigt habe, geht's los, ja? Ja. Dann beginnt unsere große Reise. Hm. Hoffentlich. Gut, also haben wir schon mal ein bisschen was, äh, erledigt. Kaffee hilft da nicht. Äh, Moment. Vielleicht ja so. Und? Gute Nacht. Lol. Das klappt ja ernsthaft. Was hast du denn da gerade ins Wasser gekippt? Äh, nichts. Was kleine Mäuse müde macht, kann doch für einen gigantischen Wels nicht schädlich sein. Das hoffe ich zumindest. Oh ja. Hervorragend. Erster Markt, Jerry. Bitte öffnen Sie die Schleuse mittels der Schleusenöffnungsvorrichtung, die hinter diesem Turm installiert ist. Hinter dem Turm? Sieht tatsächlich so aus, als könnte man hier Schleusen öffnen. Entweder das, oder ein paar Raketen abfeuern. Probieren wir es doch einfach mal. Ich lasse Ihnen den Vortritt auf der Jungfernfahrt unserer RV Blattgold. Leinen los! Steuerbord! Backbord! Lass ihn über die Flanken gehen! Hui. Na, das wird jetzt aber eng. Hätte ich einen Papadei auf der Schulter, der nach jedem Satz bestätigt, dass ich recht habe, wäre ich jetzt bestimmt der Kapitän. Ach, wie schön, jetzt können wir damit rumfahren und vielleicht kommen wir ja so zu dem Zwergenhäusler. Halt, wer flöscht dort den Wach hinab? Oh nein, nicht schon wieder der. Wasserstraßenbaut, 400 Laubtaler. Du meinst wohl Maut. Hahaha, wie drollig. Ja, ja, klug und drollig und begabt. Meine Mauseshitterin Anja sagt das auch immer. Sackgasse, außer ihr zahlt 400 Laubtaler fürs Flüssen. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gebühren durch. Weglagerei? Da sind diese Kinder. Wir hatten früher auch solche Sachen ausgeheckt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Aufheizung drücken können. Aber, aber vielleicht sollten sie ausnahmsweise mal die Geduld verlieren und dem kleinen Frechdachs mal zeigen, wo der Hammer hängt. Dachs? Aber der kleine Humbert ist doch eine Maus. Und das macht ihr Racker am besten unter euch auf. Ich schau euch einfach zu. Weglage rein, wie drollig. Hahaha. Hm, ich werd mir was überlegen müssen. Schon wieder. Okay, also versperrt er uns schon wieder den Weg. Mann, Mann, Mann. Wasserstraßen baut 400 Laubtaler. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gebühren durch. Äh, ich werd mir was überlegen müssen. Schon wieder. Äh, Kaffee? Wertlos. Wasserstraßen baut 400 Laubtaler. Außer für mich. Und vielleicht meine Mauseshitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein begabtes Kind. Hm. Hier, äh, wie wär's denn damit? Aber da hab ich ne andere Idee. Kann man da jetzt wieder reinhüpfen? Weglage rein, nein, wir haben da muss. Aber, aber, und? Das aber zu wenig. Moment, 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 Moment. Wir gehen nochmal eben zurück. Das wär doch eigentlich eine ideale Beschäftigung für ein begabtes Kind. Mhm. Äh, also ich mein hier diesen Zettel hier, ne? Wir haben doch diesen Zettel mit, äh, Violinenkursen. Das wäre doch ne super Idee. Jetzt frag ich mich bloß, warum sie das nicht weiß. Und wenn das wirklich so passt. Wir wollen zurück. Guck mal hier. Eine wunderbare Idee. Ist es? Ja. Ja, genau das Richtige für den kleinen Humbert. Dann kann er zusammen mit Plato die Biene spielen. Ich werd ihm ganz bald davon erzählen. Also, das ist eine sehr, sehr gute Idee gewesen. Und vielleicht ist der kleine Plato ja jetzt weg. Kleine Nervensäge, Nervenmaus oder was immer. Wie war's, das dumme Wiesel mit dem Hut hat mit dir gesprochen? Hä, egal was es gesagt hat, das stimmt alles gar nicht. Es ist ein Lügner. Lügner, sag ich. Wirklich? Seine Broschüre sieht aber doch sehr vielversprechend aus. Hier steht sogar, dass es nur wenige Schritte bis zu Ruhm und Achtung durch ein Massenpublikum sind. Wie war's? Ruhm? Was steht denn nun genau auf dem Ding? Hier steht, dass der berühmte Maxim Mausakov zur Zeit im Mauswald ist, um einem einzigen ausgewählten Gedankenschüler das am schwersten zu lernende Instrument der Welt beizubringen. Nur einem einzigen? Hier steht, dass der Schüler besonderes Talent haben muss. Naja, talentiert bin ich ja. Und klug nach oben drin. Sicher, klug und talentiert bin ich. Siehst du, Jerry hatte also doch recht. Hundert, du kleinerer Bauke. Du bist genau der Richtige. Na klar doch. Ich werd ein Rockstar. Du kannst durch, komisches Wiesel. Ich hab keine Zeit mehr für dich. Wenn du mich das nächste Mal siehst, dann wahrscheinlich auf einem platten Cover. Oder auf der Bühne. Die Tickets werden aber sicher teuer sein. Nicht wahr, Anja? Na ganz bestimmt, du kleiner Fratz. Gut gemacht, Jerry. In dir steckt ein wahrer Baumläufer. Jetzt können wir uns weiter den Bach runtertreiben lassen. Sehr cool. Also hat das alles voll geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann mal rein ins Boot. Ach, ja. Es verschließt sich einem gerade alles so schön. Und jetzt sitzt er mal bei der Pfosten auch wieder andersrum. Und Drohem raus. Und los geht's. Jetzt gibt's. Und dr. Freund. Vielen Dank.